Ok, niemand begrüßt. Guten Tag, Leute! Wir machen hier jetzt mal zum Spaß und let's play. Ihr könntet auch mal was sagen. Aua! Du bist langweilig. Also der, den ich jetzt gehauen habe, ist... Luke nimmt auf. Das ist der hier. Ich bin der Schleim im Anzug. Äh, ja. Ich bin Malte. Ähm, Raffi ist dieses komische rote Etwas, was auch immer. Hehehehehehe. Ich find das nicht lustig. Und das hier ist Justus. Der Typ, der sonst wie der normale Steve, nur halt in schwarzen Anzug. Hahaha, das ist so ein scheiß Grund-Fan. Nein, will ich nicht. Oh komm, du warst mal. Kannst du mal aufhören? Wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Also jetzt halt auf, äh, wir werden jetzt erst mal nach einem Dorf suchen und werden danach weitergucken, was sie machen. Ey komm, wir haben heute wieder. Okay, let's go. Jetzt kommt mit, wir müssen zusammenbleiben. Ja, in welche Richtung? Ich, ich gehe vor. Genau. Ich bin direkt hinter dir. Ja, nicht brennen. Ich kann da ein bisschen essen für euch hier. Uh, 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 uh. Meine, meine. Das ist meine. Das ist meine. Ich hab hier schon nichts drauf. Ja, dann warten wir jetzt kurz auf die anderen beiden Mongos. Ja, ich nehme die Schweine da vorne. Ich nehme die Blume. Oh, die verbrennen zur Mie. Malte, Malte. Lu, warte, 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 wo bist du? Das finde ich. Gott. Ich werde überlegen. Das liegt noch. Adil werden ofen. Äh, das dann kommt man, wenn es nötig ist. Ja, komm, wir laufen jetzt erst mal. Ich hab schon einen. Gut, weil ich jetzt, hat, Probleme, den Server zu connecten und jetzt hab ich dann schon mal angefangen. Ja, ich hab. Ja, ich hab. Ich hab die große Probleme. Die Kuh, die Kuh. Die Kuh, die Kuh. Die Kuh, die Kuh. 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 Ich weiß gar nicht, wo ihr hinseitiert. Das ist mir auch gerade ehrlich gesagt egal. Kommt zur Position X 196 und Z 400. Wir gehen doch genau dahin. Wir warten. Geradeaus. Nein, falsche Richtung. Ich komm mit dir entgegen. 96. Äh, das ist hier und schon mal. Ihr guckt schon mal rein. Welche Y. Und am besten nicht gleich jedes Ziel für den, was ihr seht. Wie leid. Ja. Ja. Sagt euch auf. Ist für irgendwie geiler, wenn wir separat aufnehmen würden. Ich meine, äh, Ja. Ich will das nicht tun, weil ich meinen Sprecher nachher noch ein anderes aufnehmen werde. Weil ich habe mir schon angekündigt. Ich werde XCOM enemy unknown let's playen. Und, ja, das werde ich heute Abend anfangen zu zocken. Das werde ich auch gerade runtersehen. Leckt bei mir auch ein wenig. Ja. Ich habe einen Wüstenbrunnen gefunden. Boah. Was? Oh, einen Wüstenbrunnen. Ich auch. Wie uninteressant. Und ich habe einen riesigen See gefunden. Ähm, plus er. Das ist auch noch uninteressant. Da ist auf keinen Wüstenbrunnen. Ich habe Sand gefunden. Haha. Welt, generiert dich schneller. Hallo, können wir auch nicht warten, ich brauche dann bei den Wüstenbrunnen anzusorgen. Ich habe das Dorf, ich habe ein Dorf. Oh, ich habe Schafe. Wer hat jetzt geschrien? Gut, nicht töten. Wir brauchen eine Schere. Hä? Wo ist das Dorf? Direkt voraus. Ja, meine. Raffi nicht töten, weil wir die dann hier dann farmen können. Dann müsste Ewigkeiten laufen, sonst kann ich nicht schaffe zu verlieren. Haben die Karotten, haben die Karotten? Ich habe jetzt eins getötet, weil ich es kann. Voll die sind so viele, hier sind 10 oder so. Das reicht. Wenn ich mir eben so schnell drei töte, dann... Ruf, machen wir uns schon mal? Ja, wir haben Karotten. Haben wir? Und das sind Kartoffeln. Ja, wir haben auch Kartoffeln. Wir haben alles. Okay. Wollen wir dann hier nebentraten, so ungefähr bauen. Oh, da... Oh, da... Oh, da... Oh, da ist noch ein Wüstenbrunnen. Oh, Eis. Oh, Eisenschmierzsacke, Äpfel. Ja. Oh. Ja, er geht erstmal schön in den Schmied rein. Also, ich hab meine Wolle zusammen. Oh, das war ja sehr schwer. Super, ich hab gleich einen Steck, äh, Sandstein. Warte, ich... Jo, wo genau seid ihr überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Ah, ich seh den... Warum? Da drei Koordinaten ruhig. Ähm, wir sind bei... 399... X minus... Jo, ich bin einfach du. Und... Z... 790. Z... Z... 700... Achso, da hinten ist das nirgendwo. Oh, oh, oh. Das ist mein Sugarcane. Da hinten gibt's noch mehr. Das ist... Mega viel. Oh, jetzt regnet. Hä? Regnet? Ja, wir sind in der Wüste. Wir können das nicht sehen. Ja, ich war auch in der Wüste. Ja, in... In dem Teil der Wüste nehme ich nicht. Da regnet's gerade. Dann ist das kein richtiger Wüstenteil. Ich hab ganz viele Kartoffeln. Ja, ja, die Teile auch. Die werden immer wieder angebaut. In den Feldern von den Typen. Jo. Wo genau seid ihr? Die X-Koordinaten gar nicht gesagt. X 200... Äh, minus 280. Minus... Ach, da hinten irgendwo. Oh, ich seh's, ich seh's. Okay, ich komm mal. Äh, lol, ich verliere langsam Fettunger. Oh, ich seh... Die sind hässlich. Äh... Der Anzugtypen. Wie heißt der nochmal? Ach, ja, Justus. Äh... Äh... Kann auch gut sein, weil Luke auch einen Armstuch an. Ja, aber kein Schwarz. Oh, stimmt. Hier, Luke gesehen. Sorry, Luke. Keine Absicht. Weil, äh... Wer Justus gewesen hat, schon. Aber mit dir doch nicht. Jo, ich will auch. Okay, wollten wir dann dazu sagen. Äh... Justus und... Äh... Beziehungsweise Raffi und Luke kennen sich erst seit... 10 Minuten. Oh, Katuffeln, Katuffeln, Katuffeln! Ähm... Habt ihr einen Smaragd? Ich will Kekse. Ich hab kein... Oh, soll den Smaragd haben? Keine Ahnung. Wollten wir dann direkt hier drin bauen oder außerhalb? Ah, so um den Dreh rum, sodass man das sieht oder so? In den Dreh rum. Ja. Ich hab ja einen Fall... Äh, der sieht so aus wie, ähm... Wir... So, während wir uns aufbauen, äh... So Grundressourcen sammeln und so weiter, befinden wir uns hier so ums Dorf rum. Und später, äh... gehen wir gemeinsam in Nether, gehen in ganz unterschiedliche Richtigen rum und bauen uns so Basen und dann können wir uns irgendwann auf den Sack gehen, die anderen eindringen oder so. Das ist natürlich... Ja, mal gucken. Warum ist hier ein Kaktus? Luke, komm mal bitte zu Koordinaten. X-112 und Z-680. Ich guck mal, ob das nur bei mir so ist und bei allen nicht. Z-12. Oha. Wie weit bist du weg? Äh... Z-100... Z-600 und X-100. Ja, ist irgendwo... Soll ich erstmal zum Dorf kommen? Mh... Nein, sonst... Sonst... Das ist so komisch. Hier ist ein Kaktus, der in der Luft schlägt. Also X-112. Ach so, den hab ich gefunden, der... Ja, scheiß drauf. Der ist dann wirklich... Ja, gut, dann ist das nicht nur bei mir so. Oh, ich soll nicht mich beweilen, weil es gleich dunkel wird. Ich hab schon eine Eisen-Spitzacke und... 15 Eisen. Das ist schön. Ich mach mir gerade Kartoffeln, damit ich nicht verhunger. Ich... Oh, Moment. Wollen wir bei den NPCs einen? Nee. Ich baue mir dann selber ein Haus. Äh, meins, meins, meins. Alles meins. Was blubbert hier so? Ich bin's nicht. Lava, denke ich. Lava, denke ich. Seid ihr seid in der Wüste oder seid ihr in der Steppe? Wüste. Oh, böser Creeper, böser Creeper, böser Creeper. Nein, 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 nein. Ach, ja, das ist inzwischen ja Nacht. Ich sollte mal vielleicht mein Schwert ziehen. Schwerter Sinn. Lol, ich hab noch gar kein Schwert. Kannst ne Holzschwert von mir haben. Brauchst du mir nicht geben. Ich bin ganz bodenständig und mach mir jetzt hier ne kleine Mine. Aber geh hier nicht rein. Das ist meine eigene kleine Welt. Keine Ahnung. Was laberst du? Ich weiß es nicht. Er labert immer viel. Und zwar viel Scheiße. Ich laber nicht viel Scheiße. Es ist nur zu kompliziert für dich. Nee, du laberst verdammt so Scheiße. Nee, du laberst verdammt so Scheiße. Hat goldintelligent gedisst. Oh, okay. Das ist ziemlich heftig. Na für den Schnee. Nebentranst. Ich bin nicht behindert. Ich bin anders als die anderen. So könnte man das auch nennen. Wo seid ihr? Ich finde euch gar nicht. Oh, komm. Das habe sogar ich gefunden. Oh. Ohne Hilfe. Weil die mir nur die Hälfte der Koordinaten gesagt hat. Das ist einfach nicht so. Da habe ich mich davon geklebt. Kann ich mich davon davon mo貴? Ja, vielleicht kann ich mich davon kommen. Das ist das ganze ganze Hause. Komm mal mit einem Stein schwer. Wo bist du? Oh, das надо dich vielleicht nicht hinrennen. Ich habe mich gerade Fackeln gemacht. Ich bin zu counsel. Gebeimientos. Da habe ich mich abgebaut, denn sie habe mich mit dem Boden gebaut. ständig so bist du denn ich meine ich meine alte Worte von wo der kommt A Verfolger eliminiert das ist schön für dich welches Spiel ich wo ich herkomme ich bin jetzt bei den Büchern mit sie ja auch keinen Weg zu ausbildert ab ab jetzt habe ich hier auch ein bisschen Zeugen Waffen zu machen ich brauche ein bisschen außerhalb im Schneewald macht das wie gehört das Wort das erste ob das ist die Götter Swap dauer ist das Ding bei euch die Fakten auch in der Luft und das ja bei mir so ja das war aber in der Schweiz ich habe Prozent da die Blybiuser erst mal Egnung den Schieber Zauberdini, dann ist das denn? hat jemand ne Eisenachse dann kann ich das machen ich hab für mich eben ein 18 Weizen gegeben damit ich ein Diamantenkrieg als wenn ich schon Eisen hätte ich hab Eisen doch hier ist ein Wüstenbrunnen, ja sogar für keine Malerbrunnen die Fackeln hab ich so stört für die Laterne ha 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 oh Ratty macht alles kaputt ey ich hab eine Laterne kaputt ey ich hab eine Laterne kaputt yeah ich am Boden gekommen und wer wollte ne Eisenachse ich hab in letzter Zeit die Blybiuser sagt das ähm wenn ich in eine gewisse Richtung gucke ich glaube Osten oder so dann wir treffen uns beim Schmied ja Osten dann dann seh ich Fackellicht da und dann verschwinden die wieder ja äh wo bist du? neuer Schmiede? ah da boah ich muss auf warte mal ich muss ne Crafting hm ich überleg mir jetzt wo ich baue hey wir haben so einen Kicken Menschen warte und keiner macht die Türen zu also sie seid ja richtig intelligentos mir sind die Türen egal nein ich Eisenspinnstack, Eisenachst das was du ne Hand hast nur weil ich mal dieses Ding verzaubern könnte damit ein bisschen besser ist Justus kommt schon so gut äh ich mein jetzt Raffi die sind uns nicht egal weil die richtige Sachen haben und weil ich einen Trick gerne wie man die Population ganz stark erhöhen kann 3,1 Scheiß ich brauche 3 leck mich doch mal was ich würde ja sagen wir machen äh Iron-Golab-Fahrt ich mach die ich hab zuerst gesagt lol das ist lol ich hab ne fertige Karotte gekauft lol die Dinger sind ja fertig gar nicht das ist nee erkennt man nicht wie voll schlecht das ist fertig gekauft Karotten erkennt man alles nö hab ich auch gerade bemerkt ich hab noch nie Karotten gesehen ehrlich gesagt ich bin doch mal nicht so geil auf Dörfer das finde ich nicht mehr hier wo baust du? mal gucken wo ich bauere im Schnee oder in der Wüste ich hab hier so ne kleine Dreierhütte die nehm ich Jo ich will mich mit Zombies battlen ich will ein Fünftige Schwert oder Iron-Creams Raphael hast du ein Schwert überhaupt? ja ein Steinschwert übrigens der Schmiedenhütte gehört mir ja schön hast du eben schon mal gesagt äh egal ich sag's nochmal von mir ist das mit den Fackelnichtern aber du darfst ich mich heute nicht zerstören sonst machst du doch nur oder angry und das ist nicht weil dann wollen die Märzmarkt da haben hab ich auch alles gewusst gut gemacht du kriegst Glauben oder so du kommst nicht in die Hölle gutes Karma kriegst du Filibus Filibus w Lauf Lau Lauf Steve steve wo steve steve ach es ist mir egal wo steve ist schwebt das ja alles gut ich hab einen Pfeil im Kopf ca lol ich hab cool